Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, Frau Faeser, unsere Innenministerin, wird demnächst mit der Kalaschnikow in der Hand in den kolumbianischen Regenwald reisen, um den Drogenkartellen das Fürchten zu lehren. Die Waffe wird ungeladen sein, aber sie wird mit der ganzen Härte des Rechtsstaates in Deutschland drohen. Da werden denen die Knie schlottern vor Angst. Apropos Drogen, Kollege Karl, der ist am Ziel seiner Träume. Davon hat er schon als kleiner Bub geträumt. Ja, träumen kann man und wenn man so clever ist wie Karl, dann setzt man das auch durch. Unser spezieller Dank dieser Tage geht an Friedrich Merz. Danke, Herr Merz. Wir haben schon geglaubt, diese sogenannte Nazikeule wäre eine Erfindung, derjenigen, die immer was zu meckern haben. Schön, dass sie uns eines Besseren belehrt haben. Wir wissen also, dass die Nazikeule geschwungen wird. Und ja, ob sie nun Sinn oder nicht hat, das haben sie uns ja nun beantwortet. Auch in Sachen Verteidigung sind wir einen Schritt weiter. Früher hat man uns ja erzählt, unsere Freiheit, unsere Demokratie werden am Hindukusch und in Mali ja verteidigt. Und vielleicht auch in der Ukraine. Jetzt ist alles anders. Der Hindukusch und Mali kommen zu uns und verteidigen uns hier vor Ort. Prima, schön, Dankeschön. Ich persönlich freue mich weiterhin auf die nächsten Demos der Omis gegen rechts, die den alten weißen Mann vielleicht gegen einen jungen Schwarzen austauschen wollen. Das ist ja auch ganz gut so. Dann spart man sich die Reise in die Karibik. Nun aber mal wieder ernst, ob ihr nun 10.000, 30.000, 50.000 oder 100.000 Demonstranten durch die Republik scheucht, um mal hier und mal da zu demonstrieren, das ist völlig unwichtig. Schließlich gibt es in unserem Land ca. 10 Millionen AfD-Wähler. Wenn auch hier, wie wir sehen, der eine oder andere, ja, sich hat beeinflussen lassen. Aber allzu viele waren es nicht. Wir nehmen mal an, nach einem kurzen Zwischenstopp wird die AfD wieder weiterhin wachsen. Also alles in allem, alles gut in unserem Land. Es bröckelt und bröselt. Wir müssen nur wachsam bleiben, uns keine Angst machen lassen und weiterhin hinausgehen, unsere Meinung sagen, dann wird's. Bleibt ruhig und gelassen. Lasst euch keine Angst machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020